ja meine lieben herzlich willkommen in 7 days today ihr seht es 23 um ein batzer quetsche gucken wir mal was jetzt mit denen mit den zombies ist ob die mich hier oben sehen oder nicht schauen wir mal und ich bin echt mal gespannt ich wollte eben meine fackel hier aufhängen hat natürlich nicht funktioniert die ist direkt mal kaputt gegangen ja dummheit muss halt bestraft werden aber ich habe ja mein reining hat also von daher halbwegs alles gut in meiner hütte beziehungsweise hinten am häuschen an dem anderen häuschen hier da habe ich auch noch die ein oder andere fackel ja dann gucken wir mal wie wir das hier machen wir ja noch einige häuser zu looten und hier sind noch eine ganze menge mehr zu looten da hoffe ich mal dass ich da endlich mal einen fortspruch finde dann wäre man nicht schlecht so eine sekunde mal weil wenn ich aufnehme kommt natürlich der frosch wieder ist ja logisch die ganze zeit kein gehabt ne so sind nach die müssen jetzt gleich einmal an der dacke kommen ich hoffe es bleibt ein bisschen licht ist ja kein schnee mehr da da ist wieder komplett weg das ist natürlich auch ein bisschen doof wenn wenn man sich einloggt und dann ist alles weg jetzt geht es dann gleich wohl los die sollen ja pünktlich sein habe ich mir sagen lassen dann bin ich ja mal gespannt wie pünktlich sind tag acht da ist ein zombie aber nur einer wo sind die zombies wo ist die heute das ist doch jetzt wohl nicht die ich müsste ja nicht die normale nachthorte kriegen nicht dass das jetzt die gewesen ist jeder von tag sieben von tag sechs auf sieben an mir vorbeigelaufen ist aber ich habe ja eigentlich jede nacht immer so eine kleine halle gab das sieht ja ganz schön gefährlich aus kann man ein stück runter gucken ich habe übrigens für alle die letzte folge nicht gesehen haben hier auch komplett batterie in der mitte bootframes nach unten gesetzt uns hat das nämlich hier nicht gehalten und der höhe wo sind die zumindest eine normale nachthorte müssen auch kommen da kommt zum bis da kommen sie so jetzt bin ich ja mal gespannt sehen tun wir natürlich jetzt normalerweise nichts ich höre die sogar kaum mal gucken wie viele das jetzt schon mal mit diesem wolfsgeheil auf damit wir hören können hier also gesehen werden wir auf jeden fall nicht das war auch nicht die färbelraute das waren zu wenig dafür das hat schon wieder aufgehört ok wir warten noch ein paar minuten ansonsten da kommt noch was hört ihr das das hört sich merkwürdig an als wenn da einer mächtig am hinken wäre mach mal die musik weg ich höre nix du blöd hund aber eigentlich nie da hätten ja hunde bei sein müssen ne bei dieser auch bei dieser ersten färbelraute schon das heißt das kann unmöglich eine färbelraute gewesen sein weil hunde habe ich keine gehört dann war das vielleicht doch die die von sechs auf sieben gekommen ist weil auch da waren hunde bei oder das waren hunde die noch übrig geblieben waren aber das geht ja eigentlich auch nicht ne die kommt doch immer von sieben auf acht oder nicht ich habe das echt nicht mehr im Korb aber ich glaube schon hm pass auf dann mache ich hier jetzt erstmal feierabend und wenn noch was passiert dann schalte ich halt wieder an und wenn nichts passiert dann schalte ich heute zwei folgen wieder diese fünf minuten folge und ähm später die normale ja wenn es euch trotzdem gefallen hat dann lass einfach einen daumen hoch und ähm ja dann gehen wir auf jeden fall noch ein bisschen ein bisschen looten denke ich wir haben ja noch einige Häuser vor uns in dem weißen da war noch ein Tresor drin da sollten wir auf jeden fall nochmal rein okay ja dann würde ich erstmal sagen dann stellen wir uns nachher alles klar bis dahin bye bye